There'll be much misty towing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. World TV. Los geht's jetzt mit unserer weihnachtlichen Top Ten Show. Hier und da haben Sie ja im laufenden Sendebetrieb mit Sicherheit schon mal den ein oder anderen Geschenketipp gesehen. Und mittlerweile können wir schon herauskristallisieren, welche Trends sich da ergeben haben. Deswegen schauen wir uns jetzt die aktuellen Top Ten der Geschenketrends 2022 an und starten mit Platz Nummer 10. Und als erstes bringt uns Moni da ein schönes Geschenk für alle, die gerne unterwegs sind. Musik hören vielleicht? Musik hören, telefonieren, Podcasts, Hörbücher. Wir hören ja so viele Sachen bei uns auf dem Handy inzwischen. Hier haben wir jetzt ein drahtloses Bluetooth-Headset. Ich gebe dir mal eins, Moni. Und Sie sehen schon die Farbe. Es ist schwarz. Das ist schon mal anders und finde ich ausgesprochen cool. Was Sie hier sehen, ist die Aufbewahrungsbox, die gleichzeitig Ladebox ist. Das heißt, die Kopfhörer sind hier drin und sehr, sehr schick. Klein und schwarz. Und das ist ja ein volles Trendprodukt im Moment. Total, ja, absolut. Jeder, du siehst es so viele auf der Straße damit, sind natürlich auch super zum Sporten. Damit kann man jetzt eben in wirklich sehr guter Klangqualität Musik hören, Podcasts hören oder eben Hörbücher, was auch immer. Und sogar telefonieren. Die Steuerung hier ist auch ganz einfach, ist außen dran. Einfach durch Berührung kann man hier dann zum nächsten Lied vorspulen oder lauter und leiser machen, Gespräche annehmen. Du hast hier übrigens tatsächlich 18 Stunden Spielzeit mit dieser Lade. Das ist ordentlich. Das ist also wirklich ordentlich. Das ist diese Ladestation. Die lädst du einmal auf und wenn die Kopfhörer alle sind, die halten dann also fünf Stunden, drei Stunden, Entschuldigung, hast du noch fünf weitere Aufladungen, dass du also insgesamt auf 18 Stunden kommst. Und ich finde immer wichtig, dass sie eben auch gut klingen, gerade weil ich höre sehr gerne Musik, dass die gut klingen. Und das ist hier wirklich der Fall. Du hast auch solche Kopfhörer, ne? Ja, ich habe auch welche, aber die sind leider weiß. Und ich finde ehrlich gesagt, schwarz sieht viel besser aus zu allen Klamotten oder was man halt so anzieht. Und ich benutze die super gerne beim Sport. Und auch die, ich habe schon getestet, die sitzen richtig gut im Ohr. Also da kann man auch mal verschiedene Sportarten mit machen oder auch verschiedene Musikrichtungen anhören. Und die fallen dann nicht aus dem Ohr. Sitzen richtig bequem und haben auch einen guten Klang. Die haben wir ja schon mal getestet. Also kann ich nur empfehlen. Ich telefoniere ja damit nicht nur unterwegs, wenn ich unterwegs bin, sondern auch zu Hause. Weil ich es super praktisch finde, wenn ich nebenbei alles andere machen kann, spülen kann, die Wohnung wischen kann, während ich über meine Kopfhörer telefoniere. Also auch für zu Hause finde ich die super praktisch. Ja, wir hören so viele Sachen heute über unser Handy eben mit den Streaming-Musikdiensten, mit Podcasts. Ich höre auch sehr gerne Podcasts beim Autofahren sowieso. Da darf man ja das Handy nicht in der Hand halten. Beim Sport, wie du gesagt hast, die sind eben sehr klein, sehr leicht, bleiben aber im Ohr drin, sitzen hier. Die schwarze Farbe ist was ganz Besonderes. Und nochmal bis zu 18 Stunden Musikgenuss können Sie hier mithören. Ich finde das eine richtig klasse Sache und ist in unserer Top 10 hier auf Platz Nummer 10 gelandet und kostet ein Bruchteil von denen, was Sie sonst so für diese Kopfhörer bezahlen würden. Was haben deine gekostet? Oh, das darf man gar nicht erwähnen, aber mehrere hunderte von Euros. Echt? Und die sind auch noch weiß, also die gefallen mir nicht wirklich. Deshalb bin ich, glaube ich, gerade echt am überlegen, ob ich mir hier die bestelle. Also ganz ehrlich, Moni, für 14,24 Euro brauchst du nicht lange überlegen. Nee, da hast du recht. Also die direkt mitnehmen, also auch wenn Sie bisher noch keine Erfahrungen gemacht haben mit solchen Kopfhörern, zu dem Preis können Sie das gerne ausprobieren oder eben verschenken. Darum geht es ja eigentlich hier, aber man muss sich ja auch selber mal ab und an eine Freude machen. Deswegen ist das für Sie auch eine Chance, hier mal neue Kopfhörer nach Hause zu bestellen. Das tun Sie mit der folgenden Artikelnummer, der ZX 1850 und der 569. Sehr praktisch, diese Transportbox, die zugleich Ladebox ist, weil Sie natürlich sowieso die Kopfhörer immer wieder dorthin zurückräumen, damit Sie die nicht verlieren. Und parallel werden Sie dann aufgeladen. Wahnsinnig praktisch. Hat eine tolle Größe, passt in jede Handtasche, in jede Rucksacktasche und auch natürlich in jede Jackentasche. Das heißt, wenn man mal auf dem Spaziergang ist, wie man es hier zum Beispiel sieht, einfach in die Jackentasche dann mitnehmen. Die sind ja so herrlich kompakt und einfach, hast kein Kabel, das was irgendwie stört. Also das ist ein sehr, sehr schöner Geschenketipp. Aber echt, ne? Das ist was richtig Tolles. Definitiv jetzt zuschlagen oder vielleicht auch noch abwarten, was wir noch so haben. Wir sammeln ja übrigens immer Ihre Bestellungen. Ah, ich hab sie. Wir sammeln ja immer Ihre Bestellungen, also rufen Sie gerne auch mehrfach direkt an. So, weiter geht's jetzt mit Platz Nummer 9. Ja, und da haben wir jetzt eine Kamera und wenn ich mir die Verpackung so anschaue, muss die unglaublich klein sein. Da sind sogar zwei Kameras drin. Nicht dein Ernst. Das ist der Hammer. Schauen Sie sich das mal an. Das ist eine IP-Überwachungskamera. Süß. Die verbindet sich mit dem Internet. Sie können die irgendwo hinstellen. Die kommt auf diesem kleinen Ständer. Ich geb dir mal die andere, Moni. Danke. Ich stell sie auf diesen kleinen Ständer. Die können sie überall anbringen. Und dann nimmt die immer alles auf, was sich direkt davor bewegt. Das heißt, Sie haben eine Überwachungskamera, der nichts entgeht. Natürlich toll, um eben persönliche Sachen zu überwachen. Vielleicht einen Fahrradkeller, vielleicht mal nach draußen zeigen lassen, wenn Sie da Ihr E-Bike stehen haben. Das sind ja alles Werte, die man also wirklich, die sehr, sehr kostspielig sind heutzutage. Sie können aber, weil die sich mit dem Internet verbindet, auch noch mit dem Handy jederzeit gucken, was sieht diese Kamera gerade? Was ist bei mir zu Hause los? Was macht meine Katze, während ich nicht zu Hause bin? Was macht mein Hund, während ich nicht zu Hause bin? Und das Ganze natürlich hier in HD, dass Sie das alles in super Qualität auch sehen. Das ist nicht mehr so wie früher, die X, sagen wir mal bei Aktenzeichen XY, haben Sie doch auch manchmal so Aufnahmen von Überwachungskameras. So in Schwarz-Weiß, die sehen nach nichts aus. Hier haben Sie alles in HD, in Farbe. Es ist wirklich klasse hier, dass Sie mit dieser Kamera eben das alles auf dem Handy sehen können. Was zu Hause passiert? Sehe ich hier auch ein Nachtlicht, ist das richtig? Ein Nachtlicht ist auch noch drin, das hast du ganz richtig gesehen. Da sind Infrarotscheinwerfer drin. Und dann können Sie in kompletter Dunkelheit, fünf Meter weit, alles sehen. Und diese Kamera nimmt halt auch alles auf, was sich davor bewegt. Das ist ja oft so, dass diese EP-Überwachungskameras, wenn man dann auf die Aufnahmen zugreifen will oder sowas, da muss man einen monatlichen Service bezahlen. Das hier können Sie ganz einfach, ist eine einmalige Anschaffung hier. Und jetzt schauen Sie mal den Preis an. Das finde ich unglaublich, dass wir hier für so wenig Geld eine so tolle Kamera Ihnen anbieten können. Die ist also kaum größer als ein Eiswürfel. Lässt sich ganz, also wirklich unauffällig irgendwo platzieren. Den Ständer bekommen Sie mit dazu, dass Sie das eben auch überall perfekt ausrichten können. Die hat noch ein Mikrofon drin, das heißt, Ton wird natürlich auch mit aufgenommen. Und der Akku, der da drin ist, das lädt sich per USB, hält dann für 120 Minuten Aufnahme. Also wenn sich einmal am Tag dafür fünf Minuten was tut, kannst du hier also wirklich richtig lange diese eben in Betrieb lassen, ohne dass du sie wieder aufladen musst. Ich finde das richtig klasse, vor allem der Preis ist der Hammer. Ja, auf jeden Fall 31 Euro und 34 Cent. Das ist ein Wahnsinn für so eine kleine Kamera, die trotz allem keine Abstriche macht, was Qualität angeht. Also da haben Sie wirklich eine tolle Kamera, um einfach mal zu Hause zu gucken, was macht denn Hund Bello gerade so. Das finde ich nämlich besonders spannend. Und ich weiß von Hundebesitzern, dass Sie das gerne mal wüssten. Geht der jetzt wirklich nicht aufs Sofa, so wie ich es ihm beigebracht habe? Oder weiß der ganz genau, dass er das machen darf, wenn ich nicht da bin? Ja, das sind schon so spannende Sachen, aber natürlich können Sie so auch einfach mal bei Familienfeiern dafür sorgen, dass so eine Kamera, die so klein ist, ganz schnell mal vergessen wird. Die Bestellnummer ist die ZX-52, 82 und die 569. Auch für jeden Kamera-Fan mal ein sinnvolles Geschenk, weil ich glaube, so eine kleine Kamera haben die wenigsten. Weiter geht es jetzt und wir schauen uns Platz 8 an. Und dann ein Geschenketipp, da würde ich mich auch riesig drüber freuen, muss ich einfach so sagen. Du, ich hatte das letztes Jahr, da hatte ich genau dieses Gerät hier in einer meiner allerersten Sendungen bei Pearl TV. Und sowohl meine Frau als auch meine Stieftochter waren begeistert davon. Das ist ein mobiler Akku-Fotodrucker. Und ich hole mal raus, was man damit alles machen kann. Wir haben hier mal so eine Pinnwand gemacht. Die quillt schon über. Die quillt schon über. Der druckt auf Thermopapier, das heißt, der druckt nicht mit Tinte. Das heißt, der Ausdruck hier kostet wirklich so gut wie gar nichts. Sie haben da wirklich, also die Kosten für einen von diesen Bildern liegt so bei unter einem Cent. Und diese Sofortbildkameras, ich weiß nicht, das kennst du auch, die kosten normalerweise 1, 2 Euro pro Ausdruck. Dieser hier macht das in schwarz-weiß und druckt dann eben sofort ein Bild für Sie. Und das wollen wir Ihnen auch gleich mal demonstrieren. Muni, ich gebe dir mal den Drucker. Oh ja, gerne. Oh, Entschuldigung, ich habe es aus der Kamera gerissen. Wir haben hier schon mal ein Bild ausgedruckt. Aber jetzt kann ich hier mit meinem Handy zum Beispiel drahtlos einfach ein Bild machen und das dann sofort ausdrucken. Ich nehme mal die Kamera und mache jetzt mal ein Bild von dir, Rebecca. Ja. Oh, schön. Sehr schön. Sieht gut aus. Jetzt fragt mich die App, ob ich das Foto benutzen will. Sie können natürlich auch Fotos nehmen, die Sie schon mal auf Ihrem Handy haben. Ich sage, ich will das jetzt benutzen. Und jetzt sage ich ihm, er soll es drucken. Und schauen Sie mal bei Muni, da kommt gleich das Bild dann nämlich raus. Ja, es tut sich schon was. Da ist Rebecca auch schon. Da ist Schwupps. Also das macht so einen Spaß. Auf Familienfeiern, auf Partys. Sie können sofort bilden. Und wenn Sie nochmal das Bild ausdrucken wollen, drücken Sie einfach nochmal, dann kommt es schon nochmal raus. Ist der Hammer, oder? Ja, ja. Vor allem, weil sich ja jeder mit diesem Gerät verbinden kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Weihnachten denkt und daran denkt, dass die ganze Familie zusammenkommt. Man kann ja auch mal so ein Familiengeschenk machen, ne? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind mit der ganzen Familie zusammen und haben dann dieses Gerät auf dem Tisch liegen. Jeder kann sich damit verbinden und jeder kann Fotos schießen. Da haben Sie ganz viele Erinnerungen von dem einen wunderschönen Weihnachtsfest 2022. Und können das genauso, wie wir hier dann auf so einer Pinnwand beispielsweise platzieren. Geht schon weiter. Geht schon weiter hier. So schnell geht es dann. Ihr müsst das nächste Modell fotografieren. Das habe ich gerade fotografiert von Moni. Es macht einfach einen Riesenspaß, hier diese Schwarz-Weiß-Fotos rauszuhauen, die eben auch noch so wenig kosten dabei. Hier, ich drucke es gleich nochmal, damit Sie sehen, wie schnell das geht. Und nochmal. Die Kosten für ein Foto liegen hier unter einem Cent. Deutlich unter einem Cent. Sie kriegen eine 8 Meter Rolle noch mit dazu. Der Akkubetrieb hält auch hier eine gute Dreiviertelstunde. Keine Tinte. Das macht es eben so preiswert zu drucken. Und vor allem auch so Tintenpatronen, die trocknen aus und muss man immer nachkaufen. Das kostet immer ein Schweine Geld. Drucker sind immer recht preiswert, aber dann die Tinte nachkaufen ist immer ein Riesending. Wollen wir nochmal ein Bild machen, Rebecca? Ich mache mal eins von uns beiden hier. Ich bestaune gerade die Bilder, die wir schon in den vergangenen Sendungen gemacht haben. Das ist so toll hier. Carsten hat aber super Gesichtsausdrücke auch drauf hier, ne? Es macht einfach Spaß damit, einfach mal so rumzuspielen. Und stundenlang kann man hier diese Fotos dann ausdrucken. Es ist einfach toll, wie schnell die kommen. Und damit macht man wirklich jedem eine Freude. Hier, guck mal hier, ich habe ein Bild von dir, das kannst du auch gleich mitnehmen. Eine Pinnwand machen, vielleicht an den Kühlschrank hängen. Da haben wir ein Bild jetzt hier von mir und Rebecca. Das ist einfach super, ne? Wollen wir noch eins von uns beiden machen, Moni? Und du kannst auch gespeicherte Bilder. Du kannst auch gespeicherte Bilder nehmen, ganz genau. Moni, bist du soweit? Genial. Es geht so schnell. Es geht so schnell. Hier ist das Bild. Ich sage einfach, er soll das Foto benutzen. Dann sage ich auf Drucken und schon kommt das nächste Bild hier raus. Guck mal, wie viel Moni jetzt schon hier auch liegen hat neben sich an Fotos. Und da kannst du ja richtig verspenderisch auch mit sein. Das ist es ja. Also da muss man ja echt nichts sparen. Du musst nichts sparen, weil das eben so preiswert ist, damit zu drucken. Im Gegensatz zu den anderen, zu den üblichen Sofortbildkameras. Jeder hat ein Handy, benutzen Sie es, um Fotos zu machen und auch auszudrucken. Ist viel besser, als digitale Fotos zu verschicken. Die Bestellnummer für den Akkufotothermodrucker ist die NX4662 und die 569. Wenn Sie schon bestellen und zuschlagen, würde ich Ihnen empfehlen, direkt auch Ersatzrollen mitzubestellen. In dem Fall haben wir sogar selbstklebende Rollen noch für Sie im Dreierset, ne? Ja, selbstklebende Rollen ist natürlich ein Riesenspaß. Diese CD gehört mir, Sie machen ein Foto von sich drauf. Oder wenn Sie Marmeladengläser haben, die Sie einmachen oder irgendwas beschriften wollen, können Sie Ihr eigenes Label damit machen. Hier haben wir ein Dreierset von diesen selbstklebenden Rollen, auch nochmal zum super Preis. Überlegen Sie mal, ein Dreierset hier für 5,69 Euro. Und da können Sie tausende von Fotos mit ausdrucken. Das macht Spaß, weil Sie nicht nur Fotos damit drucken können, sondern auch richtig kreativ werden können. Also das macht Spaß. Das macht auch Spaß zu verschenken. Hier sehen Sie nochmal beide Artikelnummern, die NX4664 und die 569 ist die Artikelnummer für das Dreierset selbstklebender Thermorollen. Und das Schöne ist, wir sparen uns die Druckerpatrone, denn die brauchen wir nicht hier bei diesem Thermodrucker. Der ist auch so klein und handlich, ne? Ja, genau, richtig. Kann man immer mitnehmen, ist gar kein Problem. So, und jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Platz, Nummer 7. Und wer mal eine richtige Freude machen will, der kann jetzt für verhältnismäßig wenig Geld sogar einen Laptop verschenken. Ja, ich gebe ihn mal rüber zu dir, Moni, weil das macht richtig Spaß. Wir haben ja einen Laptop, das ist ein absoluter Topseller bei uns. Die erste Lieferung, die wir hatten, war sofort ausverkauft. Jetzt haben wir nochmal ein Kontingent bekommen, was Sie sich hier holen können. Es geht um ein Lenovo ThinkPad T560. Und wenn man das schon anfasst, das ist doch richtig Qualität, Moni, oder? Ja, da fühlt man auf jeden Fall, dass das hier Qualität ist. Allein auch die Optik hier mit dem Schwarz und diesen roten Details, die ja für Lenovo hier bekannt sind. Richtig klasse auch mit der Tastatur. Das ist einfach nicht so eine Folientastatur, sondern hier hat man wirklich richtige Buchstaben und kann richtig gut tippen. Und natürlich hier auch das ganze Display ist riesengroß und richtig schön beleuchtet. Ja, wir haben hier ein hochauflösendes 15-Zoll-Display. Das ist sehr groß, dass man also wirklich auch alles sehen kann. Gerade wenn man mal Filme gucken will, wenn man mal irgendwas schreiben will, Tabellenkalkulationen machen will. Das ist fantastisch. Wir haben den hier zu einem absoluten Hammerpreis, weil es sich um ein Refurbished-Gerät handelt. Das heißt, dieses Gerät war schon einmal in Gebrauch, wurde geleased von einer Firma. Als die Leasing-Verjahr vorbei war, haben wir das dann zu einem unglaublich guten Preis aufschnappen können. Kann man ja wirklich so sagen. Und den Preis geben wir gerne an Sie weiter. Der wurde natürlich nochmal aufbereitet, das heißt gründlich sauber gemacht, getestet. Sie bekommen hier ein Gerät erster Wahl und können hier richtig viel Geld sparen. Neu kostet dieses Gerät deutlich über 1000 Euro hier bei uns eben zum TV-Sonderpreis. Das ist ein Geschäftsrechner. Das heißt, hier wurde eben auch großer Wert drauf gelegt, dass die robust sind, dass die stabil sind. Die müssen ja schon mal was abkönnen, aber dabei eben auch noch schickste sein. Modernste Technik drin, ein Core i5-Prozessor, der sehr schnell ist. Wir haben 8 GB RAM. Microsoft empfiehlt 4 GB. Das bedeutet, Sie können hier mehrere Anwendungen gleichzeitig laufen lassen. Internet geht schneller. Alles geht schneller. Und natürlich auch noch eine riesengroße Festplatte. Was an dem auch noch ganz, ganz besonders ist, dass wir hier einen Touchscreen haben. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht nur auf der Tastatur Sachen machen, sondern direkt auf dem Bildschirm. Und du hast hier mal das Malprogramm aufgemacht. Ja. Das können Sie wirklich so benutzen, wie Sie es vom Handy gewohnt sind. Sie können hier malen richtig drauf. Aber jetzt auch, sagen wir mal, wenn man irgendwie auf einer Webseite ist und der Text ist klein, dann kann man den Text hier groß machen. Eine Kamera ist drin. Natürlich. Es ist wirklich ein hochmoderner Rechner, den sich hier eben mit 429,99 Euro einmal zum TV-Sonderpreis bekommen. Aber natürlich im Gegensatz zum Neugerät hier 75 Prozent sparen. Der kostet neu fast 2000 Euro und ist jeden Cent wert. Jetzt kann man mal seine Familie mit erstklassigen Rechnern ausstatten, wo man sonst eben nur, du hast es gesagt, so eine Folien-Plastiktastatur bekommen würde. Die Scharniere sind richtig aus Metall. Der ist richtig dafür gemacht für den Außeneinsatz. Sie können mit der Bildschirmgröße hervorragend arbeiten. Wir brauchen heute alle Computer. Wenn Sie vielleicht einen alten Computer haben, der schon ein bisschen langsamer ist. Du kennst das auch, wenn man einen Computer hat, der schon ein paar Jahre alt ist. Dann kann man schon mal ein, zwei, drei Minuten warten, bis er hochgefahren ist, bis er ein Dokument geöffnet hat. Hier geht das alles ruckzuck, weil wir hier modernste Technologie drin haben. Beste Bauteile hier, unser Lenovo ThinkPad T560, an dem es einfach Spaß macht zu arbeiten. Und es ist der Wahnsinn für 429,99 Euro, hier einen Laptop von Lenovo zu bekommen. Und die erste Lieferung, du hast es eben schon gesagt, war ratzefatze schnell ausverkauft. Und wir konnten uns jetzt noch mal ein Kontingent sichern. Aber die Leasingrückläufer sind natürlich immer nur begrenzt im Kontingent. Hier sehen wir auch mal den Preis von Pearl.de. Knapp 450 ist der Preis dort und ist auch dort schon zugegebenermaßen sehr, sehr günstig im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Aber natürlich ermöglichen wir Ihnen auch bei diesem Produkt den TV-Sonderpreis und ermöglichen Ihnen damit ein Schnäppchen bei einem wunderbaren Geschenk zu machen. Da freut sich jeder, der bisher noch keinen Laptop hat, der sich vielleicht einen Laptop oder einen PC bisher mal teilen musste mit vier Geschwistern oder ähnliches. Also damit können Sie getrost einen Start zum Beispiel ins Studium oder in die Schule auch unterstützen und haben so ein schönes Geschenk. Ich suche mir gerade ein Rezept raus, wenn man das vielleicht nicht ganz genau lesen kann, was man alles braucht, kann man sich das noch ranzoomen. Das liebe ich auch an dieser Funktion. Ja, der Text auf manchen Webseiten ist ja so klein. Natürlich kannst du mit der Maus oder dem Touchpad das unten, den Schieberegler regeln, aber es ist doch so viel schöner, das einfach mit zwei Fingern zu machen. Wie wir es genutzt sind vom Handy oder vom Tablet. Also ein wahnsinnig guter Laptop. Dann auch noch mit der Touchfunktion sehr, sehr bequem. Mir fehlt das bei meinem Laptop tatsächlich häufiger mal und ich erwische mich, wie ich über den Bildschirm wische und da gibt es aber leider nichts zu wischen. Also insofern hier wirklich ein tolles, tolles Geschenk. Für 429,99 Euro bestellen Sie mit der Artikelnummer REF 1560 und der 569. Kommt natürlich auch Versandkosten frei zu Ihnen nach Hause. Also auch da sparen Sie nochmal. Übrigens ab 150 Euro Bestellwert können Sie immer die Versandkosten oder nehmen wir die Versandkosten auf unsere Kappe. Weiter geht es jetzt und wir haben jetzt übrigens nur noch Neuheiten in den Geschenketrends. Also es bleibt spannend und wir sind ja schon bei der Halbzeit bei Platz Nummer 5. Platz 6 meinte ich selbstverständlich. So weit sind wir nämlich doch noch nicht. Aber das ist was, da weiß ich, dass Modi sich auch sehr darüber freuen würde, wenn sie das Geschenk bekommen würde. Ja, schauen Sie mal, was wir hier drin haben. Wir haben einen Handstaubsauger. Das ist was ganz Feines, was ganz Besonderes. Ich gebe dir mal einen, Rebecca. Und ich gebe dir einen, Moni. Jetzt sehen Sie diesen Staubsauger und denken, pff, was soll der denn schon groß können? Der kann einiges hier. Sie kriegen die Aufsetzer alles übrigens mit dazu. Der funktioniert mit Akku. Das heißt, Sie haben hier wirklich lange Saugleistung auch. Aber die Saugkraft, die der hier hat, ist mit 3 Kilopascal und 50 Watt unglaublich stark. Damit kann man mal natürlich mit so einem Handstaubsauger morgens mal die Brötchenkrümel wegmachen. Man kann am Sofa, wenn man mal Chips gegessen hat, alles wegmachen. Man kann natürlich im Auto das Auto mal richtig sauber machen. Gerade so diese Ritzen, wo man sonst nicht reinkommt. Und das ist ein Handstaubsauger hier. Der ist so klein und hat trotzdem diese Mordsleistung. Hier, guck mal, im Auto da am Schaltknüppel, da wo dieses Kunstleder oder Leder ist, da kommt man mit dem Lappen nicht rein. Hier mit dem Staubsauger kann man das ganz einfach aussaugen. Der ist extrem leicht und kompakt. Das macht den aus hier und hat dabei noch diese Mords-Saugleistung. Also den kannst du ja auch perfekt einfach so im Handschuhfach liegen lassen. Dann kannst du es natürlich immer mal aussaugen. Moni ist ja so eine, die immer ihr Auto sehr, sehr pfleglich behandelt und es gar nicht oft genug saugen und putzen daran. Jede Woche muss ich das sauber machen, ja. Aber du fährst dann an die Tankstelle oder wie machst du das? Ja, noch ja, aber vielleicht schenkt mir ja jemand den hier. Damit kann man das da richtig praktisch machen und das geht auch super einfach. Aber vielleicht auch einfach so für den Frühstückstisch, wenn man ein paar Krümelchen gemacht hat oder so. Ist ja auch praktisch. Einfach den rausholen ohne Kabel, geht super leicht. Viel einfacher als mit dem feuchten Lappen immer alles aufzusammeln und so. Sie kriegen den Bürsten- und Fugenaufsatz natürlich mit dazu. So ein Handstaubsauger gehört in jeden Haushalt. Auch normalerweise sind das immer solche Geräte hier, wenn die irgendwas taugen sollen. Der hier ist wirklich kinderleicht, sehr kompakt und liefert Ihnen dann trotzdem diese tolle Saugkraft hier mit drei Kilopascal. Also wir haben den neu gekriegt vor drei, vier Wochen. Ist jetzt schon auf Platz sechs. Da können Sie sehen, wie erfolgreich der ist, wie beliebt der ist. Und ich war wirklich begeistert, also wie viel Saugkraft der hat. Ein HEPA-Filter hat er auch noch drin. Bei dem ist wirklich an alles gedacht. Ja, auf jeden Fall. Also auch sehr, sehr schön, dass ich hier mit dieser einfachen Technologie ganz einfach den so auskippen kann über Mülleimer. Und dann habe ich den ratzefatz schnell wieder zusammengebaut und zum Beispiel auch in der Küchenschublade einfach verstaut. Ich meine, der ist ja so flach, der ist ja so schön kompakt. So einen kompakten Staubsauger habe ich noch nie gesehen. Ja, du kennst das auch, in der Besteckschublade, da sind immer Krümel drin. Stimmt, auch das, ja, ja. Das ist so ganz, das ist so der prädestinierte Platz dafür. Hiermit kann man das ganz einfach sauber machen. Für nur 18,99 Euro haben Sie ein super Geschenk für nicht nur Putzfeen und Putz... Das ist das männliche Pendant Putzteufel, danke schön. Feen und Teufel, Rebecca. Und für jeden Autoliebhaber. Die Bestellnummer ist hier die ZX 62, 64 und die 569. Wir bleiben mal bei einem schönen, praktischen Akkugerät, was auch praktisch für unterwegs ist. Sehr beliebt auch bei mir hier Platz Nummer 5 unter den Geschenketrends. Es ist nämlich ein Akku-Hand-Massageberät. Ja, aber das ist jetzt, weißt du, da denkt man immer, Akku, Hand, das kann nicht viel taugen, das ist klein, das ist leicht, hier nicht. Warum habe ich das dir überhaupt gegeben? Ich hätte es behalten sollen. Das ist mein Favorit. Ich kipp dir den, nein. Das ist ein Akku-Hand-Massagegerät. Und zwar ein sehr, sehr kräftiges. Es hat sechs Stufen. Sie kriegen vier Aufsätze dazu für verschiedenste Anwendungen. Ein Kugelaufsatz, den du da hast. Für große Flächen. Ein Pilzaufsatz, einen chronischen und einen u-förmigen Aufsatz. Gerade mal so, wenn man verspannt ist, so nach dem Tag, nach bei der Arbeit, kann man sich hier selber massieren. Und der ist sehr kraftvoll. Das tut richtig gut. Hier muss man sich auch gar nicht richtig anstrengen. Das macht das Gerät alles von alleine. Und gerade auch so nach dem Sport oder so, wenn man vielleicht auch ein bisschen Muskelkater hat, einfach sich hier was Gutes tun. Das ist wirklich super angenehm. Wir haben ja auch viele verschiedene Aufsätze mit dabei, richtig? Ja, wir haben diese vier Aufsätze, die ich hier in der Hand halte. Da können Sie dann mal ganz gezielt eben, hier sehen wir es auch mal im Einspieler, können Sie ganz gezielt bestimmte Körperregionen eben damit massieren. Nach dem Sport hast du gesagt. Bei mir ist zum Beispiel, wenn ich Fahrradfahren war oder sowas, dann sind die Waden immer so hart verspannt. Aber egal wo, Sie können sich hier ganz einfach selber massieren oder lassen Sie Ihren Partner Sie massieren. Weil es ist einfach eine Wohltat, diese Wellness eben zu Hause zu haben. Ist das gut? Kann man mit euch noch reden? Oder seid ihr schon im Wellness-Wunderland? Jetzt du mal ruhig. Jetzt rede ich mal ruhig. Der Akku hat 1,5 Stunden Laufzeit. Ist natürlich ideal, um auch mal mit auf Reisen zu nehmen. Und damit können Sie sich ins Wellness-Wunderland versetzen. Schauen Sie mal, wie angenehm das ist. An der Schulter bin ich auch immer sehr, sehr verspannt. Das ist richtig angenehm. Und das ist auch eine Erleichterung für Ihren Partner. Weil ich kenne das auch. Dann ist man so nach 10 Minuten und denkt man, so jetzt bin ich aber auch langsam müde. Dann braucht man selber eine Massage. Hier mit diesem Massagegerät geht das ganz, ganz einfach. Und schauen Sie mal den Preis hier. Für deutlich unter 40 Euro kriegen Sie hier dieses Akku-Hand-Massagegerät. Mit der kompletten Ausstattung. Der hat auch eine Sicherheitsabschaltung. Wenn Sie zu fest draufdrücken sollten, das ist ja auch nicht gut. Und wie gesagt, 6 Stufen. Je nachdem, was für eine Massage Sie haben wollen. Können Sie sich hiermit verwöhnen oder noch besser verwöhnen lassen. Ja, verwöhnen lassen gefällt mir besser. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Verwöhnen ist ja dann auch noch mal viel einfacher, wenn ich nicht selber den Druck ausüben muss und die Arbeit tun muss. Schauen wir auch hier noch mal bei pearl.de vorbei. Da liegt der Preis bei knapp, schauen wir nicht bei pearl.de. Na gut. Ah, die unverbindliche Preisempfehlung. Schauen wir uns die mal an. Die liegt nämlich bei knapp 100 Euro und 37,99 Euro ist Ihr Preis. Da sieht man mal, dass ich in anderen Welten hier unterwegs war. Die Bestellnummer ist die ZX1384 und die 569 für das Akku-Handmassagegerät. Also ein richtig schöner Geschenketipp. Mir geht es jetzt so richtig gut. Ich könnte das jetzt noch länger vertragen. Ich bin ja auch so ein Fan von diesem konischen Aufsatz, weil du dann zum Beispiel die Fußsohlen oder die Hand-Innenflächen massieren kannst. Man glaubt gar nicht, wo man alles verspannt ist, wenn man da nicht mit dem Massagegerät dran war. Also das auch für jeden, der gerne mal ein paar Wellness-Momente braucht. Wellness verschenken ist immer gut. Dann ist das der perfekte Geschenketipp. Und jetzt kommen wir zu einem richtigen Highlight. Wir spielen jetzt mal. Mit Platz Nummer 4. Es ist dieses Geschenke. Das ist eine Geschenke-Highlight in diesem Jahr. Unser Geschenketipp 2022. Es lässt schon großes vermogen. Es ist großes. Du weißt, was kommt. Es ist unglaublich. Es macht einen Riesen-Spaß. Schauen wir mal, wen wir hier so alles drin haben. Wir haben einen Dinosaurier drin. Und zwar einen XL-Dinosaurier. Den macht man ganz einfach den Schwanz ran. Und dann ist der animiert, hat Klang. Und sprüht auch noch Rauch, das dann aussieht wie Feuer. Ich stelle den mal an. Der ist nämlich fernsteuerbar. Aber mein Hart schon. Der klingt bedrohlich. Der klingt bedrohlich. Das ist ja der Hammer hier bei diesem. Schauen Sie mal. Der Mund leuchtet ja auch richtig. Der Mund leuchtet richtig. Es kommt Rauch raus. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier so sehen kann. Und Sie können den in alle möglichen Richtungen steuern hier. Ganz einfach hier. Ich gebe dir mal, Moni. Wir haben hier zwei von unseren Freunden hier mal aufgebaut. Da können Sie nämlich auch zu zweit hier miteinander spielen. Das ist ein Riesenspaß mit diesen Dinosauriern. Hier von der anderen Seite kommt jetzt Rebecca mit ihr. Ja, ich bin jetzt auch im Ring mit drin. Sehen Sie den Rauch da? Wow. Ist das nicht irre? Das sieht wirklich so aus, als wenn er Feuer speit. Und ich sage mal, Dinos gehen nie aus der Mode. Bei Kindern, bei Jugendlichen, bei Erwachsenen. Wir haben hier so einen Spaß mit unseren Dinosauriern. Der macht Geräusche und sprüht eben noch diesen Rauch aus dem Mund. Es ist genau das richtige Geschenk für alle. Egal, ob die fünf oder 15 sind. Das hat wirklich jeder Spaß. Egal, ob Junge, ob Mädchen. Man muss ja heutzutage sich ganz schön ins Zeug legen, wenn man die Kinder mal wegbringen will von ihrer Konsole. Oh, du bist abgestürzt. Aber Moni ist schon da und kommt zur Rettung. Man muss sie ja heute echt ins Zeug legen, wenn man Kinder von ihrem Handy weglocken will oder von der Konsole. Das ist garantierter Spaß. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben den Heiligabend unterm Weihnachtsbaum und lassen den hier durchs Wohnzimmer sausen, unterm Weihnachtsbaum. Wenn Sie mehrere Kinder haben, noch mal, Sie sollten jedem einen davon schenken. Oh ja. Weil sonst gibt es Streitereien und Geschrei. Das kann ich auch schon hören. Bei uns gibt es auch immer Streitereien und Geschrei. Ich habe heute verloren. Ihr beiden dürft die beiden Dinosaurier hier steuern. Das ist ein XL-Dinosaurier mit Geräusch, mit Rauch und eben fernsteuerbar. Also es fesselt einfach total. Also damit hast du das Ziel schnell erreicht. Ja. Die Kinder mal endlich von dem ganzen Klam wegzulegen, von den ganzen Gerätschaften. Ja, hallo. Hallo. Und was sind 56 Euro für strahlende Kinderaugen. Also das ist doch echt unbezahlbar. Und ich wette, wenn Sie das verschenken, sagen wir jetzt mal als Elternteile oder Großeltern, eigentlich müssen Sie direkt zweimal zuschlagen, weil Sie werden sich um die Fernbedienung streiten. Ja, die Eltern brauchen auch jeder einen, ne? Wirklich. Ja, ja. Und dann kannst du hier so richtige Kämpfe auch machen. Warte, jetzt komme ich mal. Jetzt komme ich. Wer bist du denn? So, ich bin der, der die ganze Zeit im Kreis läuft. Moment. Moment. Der kann auch richtige Ringkämpfe mit denen machen, ne? Auch die Fernbedienung ist wunderbar hier gemacht. Die Fernbedienung ist so liebevoll gemacht hier. Jetzt aber. Oh, jetzt wer. Oh, 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 oh. Der geht auch. Moni hat Angst vor dir gehabt. Moni hat es mit der Angst zu tun gehabt. Ja, guck mal, wie furchterregend der aussieht da mit seinem Rauch, wenn Rebecca da oben steht und jetzt einen Siegestanz macht. Ja, ja, genau. So sieht er aus. Der Schwanz von rechts nach links. Das ist der Hammer, oder? Der Nebel ist ganz einfach Wasser. Füllen Sie ein bisschen Wasser rein. Der funktioniert mit Akku 50 Minuten Laufzeit. Unser Geschenketipp des Jahres. Der darf unter keinem Tannenbaum fehlen hier. Für nicht mal 57 Euro. Definitiv. Das ist ein Muss, hier zuzuschlagen. Die Bestellnummer ist die ZX2. 72, 32 und die 569 für den ferngesteuerten Dinosaurier, der auch so, selbst wenn er nicht bewegt wird, sehr, sehr cool aussieht und ein richtiges Schmuckstück im Kinderspielregal ist. Jetzt kommen wir mal wieder zu den Erwachsenen, beziehungsweise der Geschenketipp eben war vielleicht auch was für den einen oder anderen Erwachsenen. Hallo. Aber für den stilbewussten Menschen könnte auch der folgende Platz sehr, sehr dienlich sein. Platz Nummer drei. Also diese Uhr muss man jetzt sehen in Verbindung mit dem Preis. Unter 100 Euro für eine Uhr, die so schick ist. Ich finde, das sieht nicht nach unter 100 Euro aus. Ganz bestimmt. Ich gebe dir mal eine, Moni. Danke. Das ist eine sehr, sehr schicke Herrenarmbanduhr. Und mal ehrlich, Rebecca, wenn du bei einem Mann eine tolle Uhr siehst, da achtet man doch drauf, oder? Ja, auf jeden Fall. Weil es bedeutet einfach, dass der Herr auch stilbewusst ist. Also, dass er sich gut kleidet, dass er schöne Accessoires auch ausgewählt hat. Und ich finde, gerade diese Uhr passt doch jetzt wirklich mal sowohl zum Anzugträger und Hemdenträger genauso wie zu jemandem im Jogginganzug, oder? Ja, die ist wirklich, kann man zu allen Gelegenheiten anziehen hier mit diesem Edelstahlarm. Mann, die sieht super aus. Und meine Damen und Herren, ich kann Ihnen mal was sagen. Uhren kann ein Mann nie genug haben. Diese Uhr sieht einerseits natürlich superklasse aus, ist toll gemacht hier mit diesem Edelstahlarmband. Sie hat aber noch so viele Funktionen. Ich fange mal an hier. Die ist eine Funkuhr. Das heißt, sie stellt sich automatisch auf die richtige Uhrzeit. Ich halte mal die zweite, die wir hier haben, nebeneinander. Dann können Sie sehen, dass Sie exakt die gleiche Uhrzeit haben auf die Sekunde. Das ist im Moment die genaue Uhrzeit. Das geht über Radiowellen und dann stellt sich die Uhr automatisch nach der Atomuhr. Das heißt, Sie brauchen die nie zu stellen, auch wenn es mal von Sommerzeit auf Winterzeit geht. Im Schaltjahr müssen Sie das Datum nicht weiterstellen. Das zeigt ja natürlich alles an. Dann hat diese Uhr im Ziffernblatt ein Solarpanel. Das bedeutet, Sie brauchen die auch nie aufzuziehen. Sie brauchen nie eine Batterie zu wechseln. Die hat, wenn die aufgeladen ist, wenn Sie die auch nur nachts tragen oder nur im Schrank aufbewahren und nur ab und zu mal tragen, 210 Tage Laufzeit. Und wasserdicht ist sie auch noch. Also bei dieser Uhr muss man sich um gar nichts kümmern. Ich habe auch ein paar Uhren, aber ich hasse es immer, die immer wieder aufladen zu müssen an einem USB-Port. oder eben zu drehen, bis sie wieder aufgezogen ist oder, was weiß ich, einmal im Jahr die Batterie wechseln zu lassen für 10 Euro. Hier, die versorgt sich selber mit Strom und zwar massig mit Strom. Das heißt, man muss die gar nicht jeden Tag tragen. Da Tageslicht alleine reicht, um die wieder aufzuladen. Dieses Armband passt sich natürlich ihre Armform an. Das lässt sich verstellen auch noch. Die Funkfunktion, dass sie eben hier auch noch immer genau auf die Sekunde die richtige Uhrzeit zeigt, ist unbezahlbar. Gerade für uns so. Wir müssen ja sehr, sehr pünktlich sein. Wir können nicht mal eine Minute zu spät zu einer Live-Sendung kommen. Wir müssen hier fertig sein und am besten noch vorher verkabelt. Das ist so eine Funkuhr einfach essentiell. Dass man gutes Time-Management hat, gutes Zeit-Management und immer rechtzeitig da ist, wo man sein soll. Ein Wecker ist übrigens auch noch drin. Ich finde die super, super schick. Man kann nicht genug Uhren haben als ein Mann. Und es gibt für einen Mann ja auch nicht so viele Möglichkeiten, Schmuck und Accessoires zu tragen. So eine Uhr zeichnet einen eben da aus. Das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes. Moni, du achtest auch auf Uhren bei Männern, ne? Oh ja, auf jeden Fall. Weil ich finde einfach, Männer können nicht so viele Accessoires tragen. Aber so eine Uhr muss schon sein, egal zu welchem Outfit. Und die gefällt mir richtig gut. Allein auch wegen dem Ziffernblatt, was hier in verschiedenen Farben so ein bisschen schimmert. Und allein auch wegen diesem wunderschönen Armband. Ich habe mir das auch gerade angeguckt, auch mit dem Verschluss. Also das sieht richtig edel aus. Ich hätte echt gedacht, die ist weitaus teurer. Ich hätte hier ein paar hundert Euro gedacht. Ja, unter hundert Euro für eine Uhr, die also wirklich nichts zu wünschen übrig lässt. Von St. Leonard, die machen die besten Uhren für uns hier. Also es ist richtig gute Qualität hier. Sehr robust auch noch. Und gerade so diese, die ein bisschen dicker sind, die Uhren sind ja voll im Trend gerade. Uhren kann man nie genug haben. Hier unser Geschenketrend, Platz Nummer drei. Ja, und deswegen auch für Sie ein guter Geschenketipp, falls Sie bei einem Herrn nicht wissen, was Sie denen denn noch schenken können. Diese Uhr geht immer, passt immer, wenn Sie uns fragen. Die Bestellnummer ist die ZX 9002 und die 569. Ebenfalls eine Neuheit bei uns im Programm. Auch schon sehr beliebt, wie Sie natürlich auch an der Platzierung merken. Und ich glaube, das ist schon der Beweis dafür, dass die Ersten jetzt fleißig Geschenke kaufen. Aber jetzt mal ehrlich, je früher ich alles zusammen habe, desto mehr kann ich die Adventszeit genießen. Und bei uns können Sie auch richtig schön komfortabel hier shoppen, Geschenke. Wir machen jetzt weiter mit Platz Nummer zwei. Das ist genau dasselbe wie für den vorherigen Platz. Uhren gehen immer und die ganz besonders. Ja, das ist eine, ja, wirklich was ganz Besonderes. Eine Hightech-Uhr, das ist eine Fitness-Smart-Watch. Und jetzt gebe ich dir mal eine davon und dir eine dafür, Moni. Danke. Das ist eine Fitness-Uhr, das heißt, sie zählt ihre Schritte, zählt ihre Kalorien. Aber sie geht weit darüber hinaus, weil sie hier eben auch noch ihre Herzfrequenz ablesen können. Sie können ihr EKG, die Werte da sehen. Sie können ihre Körpertemperatur sehen. Also es ist auch eine Gesundheits-Uhr. Die Fitness-Funktion ist auch deshalb noch so besonders, weil wir hier tatsächlich verschiedene Sportarten einstellen können. Wir können hier eben, weil es ist ja nicht immer das Gleiche, was man an Kalorien verbraucht, ob man jetzt läuft, ob man schwimmt, ob man ein Badminton spielt. Dafür sind alle diese Einstellungen hier schon mit drin. Die ist natürlich wasserdicht, weil wir wollen die ja draußen beim Sport benutzen. Hier sehen wir mal, Moni geht mal gerade beim Ziffernblatt durch die ganzen Apps, durch die ganzen Programme, die da drauf sind. Da haben wir die Fitness-Programme, die Gesundheitsprogramme. Die misst auch ihren Schlaf, ob sie gut schlafen oder nicht. Aber jetzt kommen wir zur Smartwatch-Funktion, die ich eben auch noch sehr, sehr wichtig finde. Wir können hier natürlich auch verschiedene Ziffernblätter wählen. Das finde ich so ganz apart, muss ich sagen, hier mit diesem Schlips und Kragen. Ganz, ganz einfach hin und her wischen und dann das entsprechende Ziffernblatt ablesen, also einstellen. Aber die Smartwatch-Funktion bedeutet, dass diese Uhr sich mit ihrem Handy verbindet. Und da kommen wir jetzt nochmal zu einer ganz neuen Funktionsvielfalt. Einerseits unsere Fitnesswerte werden hier dann eben auch abgespeichert. Das heißt, ich kann über eine längere Zeit sehen, wie viele Kalorien habe ich verbraucht, wie war meine Körpertemperatur, wie war mein Herzschlag. Ich kann außerdem diverse Funktionen von meinem Handy hier auf meiner Uhr erledigen. Wenn ich eine Nachricht kriege zum Beispiel, dann kann ich die auf der Uhr sehen. Und es ist ganz egal, was für eine Nachricht das ist, ob das SMS ist, ob das WhatsApp ist, ob das Facebook ist. Ich sehe das alles hier drauf und muss eben nicht mehr mein Handy rausholen, das entsperren. Dabei die ganze Konversation, die außen um mich herum stattfindet, killen, ist ja so. Hier kann ich mal eben gucken, ach, guck, mein Bruder hat geschrieben, der kommt morgen zehn Minuten später. Da muss ich nicht mein Handy für rausholen, ich kann das auf meinem Handy sehen. Ich kann die Uhr als Fernauslöser für meine Handykamera benutzen. Ich kann meine Musik damit steuern. Es ist also wirklich ein Trendprodukt der Exzellenzart hier, ganz, ganz einfach. Jeder liebt diese Smartwatches. Und diese Smartwatch kostet jetzt eben nicht mehrere hundert Euro, wie die von vielen, vielen anderen Herstellern, sondern knapp über hundert Euro und das ist die Sensation hier. Ein riesengroßes Display ist für mich sehr interessant als Brillenträger. Das wird Ihr neuer, bester Freund und Motivator, weil natürlich ist es motivierend zu sehen, wie die Körperwerte sind, wie viele Kalorien man verbraucht hat, wie viele Schritte man gegangen ist. Es macht einfach Spaß und ist, also jeder liebt im Moment diese Smartwatches bei uns. Und das ist hier unser Platz Nummer zwei, unsere, ja, unsere bestverkaufte Smartwatch. Ich habe sie auch zu lieben gelernt, weil ich habe die mal mit nach Hause genommen. Stimmt. Auch mit meinem Handy verbunden und habe sie längere Zeit getragen. Und ich kann sagen, sie ist sehr komfortabel zu tragen. Sie schmiegt sich perfekt ans Handgelenk an, passt sowohl zum männlichen Handgelenk genauso wie zum Damenhandgelenk. Auch schmale Handgelenke, gar kein Problem. Also Motivator und ich, wir haben ja ein relativ schlankes Handgelenk, sieht sehr, sehr gut aus. Fühlt sich toll an, auch mit dem Metallgehäuse. Ich habe sie sehr zu schätzen gelernt, muss ich ehrlich sagen. Und das Tolle ist, dass ich mit der kostenfreien App ja dann die ganzen Verläufe sehe. Also ich sehe jetzt hier zum Beispiel, mein höchster gemessener Puls ist 87, 74 der tiefste. Und das kann ich alles sowohl an der Uhr hier sehen, als auch auf der App. Und das fand ich so genial. Der Umfang, diese Funktionsvielfalt für nur 104,49 Euro. Ich würde sie gleich am liebsten wieder anbehalten, weil es hat sich so angefühlt wie meine eigene Uhr. Und das schon direkt innerhalb der ersten paar Stunden. Vielleicht kriegst du sie hat zu Weihnachten. Ja, ich würde es mir wünschen, also falls jemand hier zuschaut und noch ein Geschenk für mich guckt. Ja, vor allem dein Mann. Würde ich mich sehr freuen. Die Grüße gehen raus. Der Wink mit dem Zaunfall. Die Bestellnummer ist die ZX 52,91 und die 569. Das sind sie, die Geschenketrends 2022, wie sie sich bis hierhin herauskristallisiert haben. Und da sind wir natürlich alle sehr, sehr gespannt und neugierig, was sich denn auf dem nächsten Platz verbirgt. Platz Nummer 1. Für alle Frostbollen vielleicht auch ein super gutes Geschenk. Super, ein ganz tolles Geschenk. Und als wir das das erste Mal vorgestellt haben, habe ich mir gedacht, das könnte der Platz Nummer 1 in unseren Geschenketrends sein. Hast du echt schon von Anfang an gedacht? Ich meine, du hast es ja auch schon vorgestellt hier. Das ist unsere Heizdecke. Ich gebe dir mal eine, Rebecca. Und ich gebe dir eine, Moni. Ihr friert immer sehr leicht. Hier haben wir jetzt eine Heizdecke, die so viele Besonderheiten hat. Die ist schon an. Die ist schon an, wie schön. Ich meine noch nicht. Das ist, Sie sehen mal, das ist eine richtige Decke. Das ist nicht wie diese alten Heizdecken, die die dicken Drähte drin haben. Die hier hat Nanodrähte drin mit Infrarottechnologie. Das heißt, sie sind sehr klein, sehr dünn. Die merken Sie überhaupt nicht. Der Hit an dieser Decke, auf die Optik kommen wir natürlich noch zu sprechen und wie kuschelig die ist. Der Hit an dieser Decke ist noch, dass die Stromversorgung eingebaut ist. Sie kriegen eine Powerbank dazu mit 20.000 mAh. Die hat richtig Power hier im Paket zusammen mit dieser Decke, die diese Decke mit Strom versorgt. Das heißt, Sie brauchen nicht mehr eine Steckdose suchen, um sich aufzuwärmen. Sie können die ganz einfach anmachen, weil die Stromversorgung ist da mit drin. Wenn Sie irgendwo eingekuschelt auf dem Sofa liegen, die Tür klingelt, da brauchen Sie nicht die Decke weglegen. Sie bleiben einfach eingekuschelt, gehen zur Tür, machen die Tür auf. Der Besucher wird vielleicht ein bisschen gucken, aber Sie haben Ihre Heizung dabei. Die fühlt sich so klasse an. Sie können die übrigens steuern hier über diesen Knopf, den Moni gerade zeigt. Die verschiedenen Farben bedeuten verschiedene Temperaturen oder auch mit einer App. Und das finde ich auch wieder genial hier, weil man denkt so, Mensch, wofür brauche ich denn eine App? Ich habe die Decke doch direkt vor mir, ich kann auch den Knopf drücken. Aber denken Sie mal dran, wenn Sie die, sagen wir mal, in Ihr Bett legen, zwischen Laken und Zudecke. Und dann sitzen Sie beim Fernsehen und denken, ach so, in zehn Minuten möchte ich gerne in ein warmes Bett. Dann schalten Sie die einfach vom Sofa schon mal an und können dann in Ihr warmes Bett schlüpfen, weil das vorgewärmt wird von dieser tollen Decke. Das Material, Moni, es ist begeistert, oder? Ja, es ist so flauschig. Also man kann sich gar nicht vorstellen, wie angenehm das ist. Man merkt hier gar nichts von diesen Wärmedrähten oder wie auch immer, dass hier drin funktioniert. Aber allein diese Infrarotwärme, die man hier hat, das ist super angenehm. Und man hat hier natürlich auch dann noch diese Fernbedienung, mit denen man das einstellen kann, auf drei verschiedene Stufen. Auch die finde ich richtig klasse, dass man auch sieht, wie warm es hier dann ist. Einmal grün, einmal lila und einmal rot. Also mir gefällt die und auch die Größe, das hier beeindrucken, weil ihr wisst ja, ich bin groß und da ist das auch immer wichtig. Aber hier passe ich auf jeden Fall drunter. Ja, die ist riesengroß, da können Sie auch mal zu zweit oder zu dritt auf dem Sofa kuscheln. Und was gibt es Schöneres, als wenn es jetzt draußen ungemütlich ist, nach Hause zu kommen, sich auf den Stuhl zu setzen, auf den Sessel, auf den Sofa zu lümmeln, einzukuscheln, eine schöne CD anmachen oder ein Buch zu lesen, in dieser wohligen Wärme. Die sieht fantastisch aus hier, die glänzt so leicht satanmäßig, würde ich fast sagen. Ja, sie glänzt so, weil sie auch so weich ist. Also genauso weich, wie sie für Sie wahrscheinlich zu Hause gerade aussieht, ist sie tatsächlich auch. Die Farbe ist was ganz Besonderes. Also ich rätsel immer noch, wie der perfekte Ausdruck für diese Farbe ist. Grün-Anthrazit würde ich sagen. Es ist so eine Mischung aus Anthrazit, grünlich, blau irgendwie. Also total besonders diese Farbe auch einfach. Und es ist eine Ganzjahresdecke, weil du musst ja die Heizfunktion nicht nutzen, wenn du sie nicht nutzen möchtest. Also im Sommer ist es auch eine wunderschöne, leichte Decke, auch ganz einfach. Macht sich sehr, sehr schön auch so auf dem Sofa drapiert. Und dann kommst du abends nach Hause, legst dich auf dein Sofa oder setzt dich auf dein Sofa. Herrlich. Zack, per Knopfdruck ist dann auch direkt die Heizfunktion da. Und du brauchst keine Steckdose. Ja. Wir kennen das alle von Heizdecken. Die sind schön, aber einmal sind die sehr dick und haben diese dicken Drähte drin. Die hier hat eben diese Mikrodrähte, diese Nanodrähte drin, diese Infrarotwärme machen. Und sie haben die Stromversorgung bei sich. Das ist unser Top-Geschenk in den Geschenketrends 2022. 2022, unglaublich beliebt. Als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich sofort begeistert. Waschbar ist sie übrigens auch, ganz, ganz wichtig auch hier, damit die ihren Glanz behält und so wunderschön kuschelig bleibt. Die Bestellnummer gebe ich Ihnen gerne durch. Das ist die ZX 82 66 und die 569. Diese ganzen Geschenketipps aus den Geschenketrends 2022, die beliebtesten Geschenketrends, die gibt es für Sie zum TV-Sonderpreis. Aber zögern Sie nicht lange. Jetzt und die nächsten zwei Stunden haben Sie noch den TV-Sonderpreis. Profitieren Sie davon und profitieren Sie auch von der Gelegenheit, ganz bequem zu Hause Geschenke zu shoppen. Und ein Hähnchen nach dem anderen hinzuzufügen auf Ihrer Liste. Die Geschenketrends 2022 Top Ten Show war das. Es geht spannend bei uns weiter im Programm. Deswegen bleiben Sie bei uns. Wir freuen uns.